Wie wirkt Knoblauch auf die Gesundheit? Ich zeige dir Studien, die ganz klar zeigen, welche positiven Wirkungen Knoblauch auf die Gesundheit hat. Ich zeige dir aber auch, welche Gefahren beim Knoblauch lauern können, nicht nur, wenn du ein Vampir bist. Wie du hier sehen kannst, die erste Studie zum Thema Knoblauch in der Behandlung von Erkältungen. Und da ein hoher Standard von dieser Studie, eine Doppelblindstudie, Placebo kontrolliert, ja, innerhalb der Studiendurchläufe wirklich, wirklich hoher Standard. Und das ist sehr, sehr interessant, weil es hier um eine 12-Wochen-Untersuchungsperiode ging, kam heraus, dass die, die Knoblauch als Behandlung bekamen, signifikant weniger Erkältungssymptome gezeigt haben, als diejenigen, die ein Placebo bekommen haben. Ein Placebo, also ein, ja, Mittel ohne wirklichen Wirkstoff. Und das ist interessant, weil es hier wirklich um einen, ja, signifikanten Unterschied geht, innerhalb dieser hohen Qualitätsstandards. Warum nicht einfach ausprobieren, insbesondere in der Erkältungszeit? Wird nochmal darauf eingegangen, dass insbesondere die Allicin-Wirkung hervorgehoben wird. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Blick, den wir im Hinterkopf behalten für die kommenden Studien. Wichtig ist nochmal hervorzuheben, dass die Freiwilligen, die das Placebo bekommen haben, viel eher eine Grippe, eine Erkältung bekommen haben, innerhalb dieser Anwendungszeit. Also spannende Erkenntnisse, wie ich finde. Hier gibt es eine weitere Studie zum Thema Blutdruck, Senkung durch Knoblauch. Eine Metastudie, eine Übersichtsstudie, die verschiedene Studien zusammenfasst und eine Tendenz zeigt. Wie es hier in der Zusammenfassung heißt, hat die Meta-Analyse gezeigt, dass eben Knoblauch in der Anwendung den Blutdruck signifikant reduzieren kann, im Vergleich zu einem Placebo. Das ist natürlich erfreulich, weil es natürlich hier um die Wirkung geht, die Wirkung für sich anwenden zu können. Einerseits im Vergleich zu einem Mittel, was gar keine Wirkung zeigt. Da schneidet auf jeden Fall der Knoblauch besser ab. Das ist schon mal sehr, sehr erfreulich. Zum Zweiten ist davon auszugehen, dass aber auch im Vergleich zu Blutdruckmedikamenten hier beim Knoblauch die Nebenwirkungen aller Voraussicht nach weniger zu finden sein werden. Und zum Dritten lohnt es sich insgesamt etwas zu tun, weil das Thema Bluthochdruck eines der größten ist als Marker für spätere Herz-Kreislauf-Probleme. Herzattacke und insbesondere Schlaganfälle sind hier zu erwähnen. Wenn du dich für das Thema Blutdruck natürlich senken und interessieren solltest, ich habe einen eigenen Videokurs zu dem Thema gemacht, findest du unten in der Videobox. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Auch ganz spannende Erkenntnisse von 2006 hier in dieser Studie. Knoblauch reduziert eben die Wahrscheinlichkeit für Demenz und diese Herz-Kreislauf-Risiken. Also ganz interessante Zusammenhänge, die sich auch hier zeigen. Hier ging es nochmal um eine besondere Anwendung von Knoblauch. Also antioxidantienreich und gereift, also das nochmal als Konzentrat, wenn man so möchte, als Extrakt. Hier nochmal die Abkürzung dafür, AGE. Da zeigt sich, ja die Anwendung von AGE durchaus wirksam war. So konnte hier dieses AGE, das Homozystein reduzieren, den Blutdruck senken, auch die Mikrozirkulation in den Blutgefäßen verbessern. Und außerdem einen wesentlichen Beitrag leisten in Sachen Diabetes, beispielsweise auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere Herz-Attacken. Und wie du hier sehen kannst, eben Demenz reduzieren. Und ja, da gibt es eben diese neuroprotektiven Eigenschaften. Zeigen sich ganz praktisch in der verbesserten Lernfähigkeit und bei dem Erinnern von Inhalten. Hier heißt es abschließend, auch wenn natürlich weitere Untersuchungen notwendig sind, gibt es doch erstaunliche Hinweise, die die Wirkung und die positiven Gesundheitseffekte von dieser speziellen Anwendung von Knoblauch unterstützen. Insbesondere in der Vorbeugung von kardiovaskulären Erkrankungen und insbesondere beim Reduzieren des Risikos von Demenz. Hier nochmal eine Studie, die von 2008 auf diese neuroprotektiven Eigenschaften von Knoblauch eingeht. Das heißt, ja, die nervenförderlichen Eigenschaften, die erhaltenen Eigenschaften. Knoblauch ist eben mit den vielfältigsten Gesundheitsvorteilen ausgestattet und wird traditionell weltweit seit Jahrhunderten genutzt. Die vielfältige wissenschaftliche Literatur unterstützt eben diese Annahme, dass Knoblauch und Knoblauchanwendungen bei der Prävention und beim Reduzieren von Risiken, insbesondere bei kardiovaskulären Risiken wie Schlaganfall und Krebs, förderlich sind. Dieses Review schlägt genau in diese Kerbe der vielfältigsten Gesundheitswirkungen, die in Verbindung mit neuroprotektiver Wirkung hier zusammengefasst werden konnten. Knoblauch hat eine antibakterielle Wirkung, das zeigt sich zum Beispiel in dieser Studie von 2005. Interessant, oder? Wenn man jetzt meint, dass Knoblauch den Mundgeruch wiedergibt, dann ist es vielleicht nicht das Einzige, was man beachten sollte. Insbesondere wenn es um die Bakterienkulturen im Mundbereich geht, kann hier Knoblauch sogar positiv wirken. Was hier wichtig ist in der Wirkweise, dass insbesondere das Allicin einen Beitrag geleistet hat, bestimmte Bakterien zu reduzieren oder zu töten. Insofern ist das natürlich für die Flora im Mundraum ein positiver Effekt. Das ist eben, wie es hier heißt, ein längefristiger Beitrag zur Vorbeugung von Entzündungen und Parodonditis. Was ich noch sehr wichtig und spannend finde, es gibt auch Studien zur Wirkweise von Knoblauch. Das heißt, 2018 gab es hier die Untersuchung der Bioverfügbarkeit von Knoblauch. Die vertiefend unter die Lupe genommen wurde. Und ja, für einen Vergleich gingen die Forscher von einer 100%igen Bioverfügbarkeit für Allicin aus. Das ist der Hauptwirkstoff im Knoblauch, im rohen Knoblauch. Und ja, für die folgenden Werte der Bioverfügbarkeit wurden dann hier die entsprechenden Werte zusammengefasst. Da gab es dann Magensaft-resistente Knoblauch-Tabletten, 36 bis 104%. Dann nicht Magensaft-resistente Knoblauch-Tabletten, 80 bis 110, 111% Wirksamkeit. Knoblauch-Pulver-Kapseln, 26 bis 109. Gekochter Knoblauch, 16% Wirksamkeit. Okay, also Temperatur und Dauer hatten da wohl nur einen geringen Einfluss auf die Allicin-Verfügbarkeit. Dann gerösteter Knoblauch 30% und in Essig eingelegter Knoblauch 19%. Insbesondere interessant finde ich auch wirklich bemerkenswert, dass die Knoblauch-Paparate, vielleicht weil sie getrocknet sind, eben teilweise besser abschnitten als der rohe Knoblauch. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt für dich, möglicherweise auf Knoblauch-Pulver zurückzugreifen. Das könnte ein Hinweis sein, dass das vielleicht noch ein Hinweis ist zum Kochen, aber vielleicht auch zum Supplementieren, um die Wirksamkeit zu steigern. Wichtig ist zu sehen, dass dieses Allicin eben ein Selbstschutz ist der Pflanze vor Fressfeinden, beziehungsweise Bodenparasiten, beziehungsweise auch Pilzen. Also das ist eben spannend zu sehen, dass wir auch gesundheitlich diese Abwehrmechanismen des Knoblauchs nutzen können für uns. Und ja, da ist aber nun dieser berüchtigte Geruch die Folge. Wichtig ist aber auch zu wissen, es gibt natürlich Möglichkeiten, das Ganze zu reduzieren, beispielsweise einen Apfel zu essen oder ein bisschen Petersilie oder ein bisschen Minze zu kauen. Das reduziert die Knoblauch-Fahne schon erfahrungsgemäß relativ gut. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über Kapseln das Ganze einzunehmen und damit auch diese Knoblauch-Fahne zu reduzieren. Wichtig ist auch natürlich zu sehen, es gibt auch da beim Knoblauch ein zu viel. Und ein zu viel ist dann insbesondere gegeben, wenn zu große Mengen Knoblauch konsumiert werden. Das heißt, insbesondere konzentriert in Form von Nahrungsergänzungsmitteln können dann Magen-Darm-Beschwerden eine Folge sein. Also das wirst du dann auch schon merken, denke ich. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Hier heißt es auch nochmal, außerdem sind Blähungen, Kopfschmerzen möglich, Blutdruckabfall ist eine weitere Möglichkeit. Magenschleimhaut, die gereizt sein kann. Also das Alicin kann dann eben auch negativ wirken, wenn es zu viel eingenommen wird mit entsprechenden Vergiftungserscheinungen. Also wie es hier heißt, täglich nicht mehr als 5 Gramm frischen Knoblauch. Eine Zehe hat ungefähr 3 Gramm. Also ja, das würde dann heißen 1,5-10. Das ist empfehlenswert, obwohl man dazu sagen muss, wie du schon gesehen hast, einiges wird verkocht, wenn du es einfach ins Essen packst. Dann ist die Wirksamkeit vielleicht nicht mehr 100%, wie du schon aus der anderen Studie gesehen hast. Was ich noch erwähnen möchte und muss, es gibt noch eine Wechselwirkung, die auf jeden Fall in den Blick genommen werden sollte. Wenn du also Medikamente nimmst, insbesondere gerinnungshemmende Medikamente oder auch blutdrucksenkende Arzneimittel, dann sollte man doch genauer hinschauen in Anwendung von Knoblauch. Das heißt auch in Rücksprache mit dem Arzt insbesondere, da nochmal genau schauen, was ist da für mich sinnvoll oder auch zu beachten. Es gibt noch eine Erfahrung, auch im Hinblick auf gleichzeitigen Verzehr mit hochdosierten Produkten wie Vitamin E, Ginkgo, Fischöl. Auch da sollte man dann entsprechend etwas genauer hinschauen. Vielleicht auch in Rücksprache mit dem Arzt schauen, was für dich dann das Beste ist. Es gibt also auch Risiken, insbesondere bei der Wechselwirkung mit anderen Einnahmen. Das sollte man auf jeden Fall hier erwähnt haben. Ein weiteres Risiko betrifft das Herkunftsland des Knoblauchs und zwar insbesondere China. Da gibt es doch einige Berichte, die skeptisch sind zur Qualität des chinesischen Knoblauchs. Hier heißt es zum einen in diesem Artikel, dass 75% des weltweiten Knoblauchangebots aus China kommen. Das heißt, China hat so ein Quasimonopol. Und ja, da gibt es wirklich eine ganz, ganz große Menge. Hier in die USA wurden 225 Millionen Pfund Knoblauch importiert. Da gibt es ein paar Fragen, die sich daraus ergeben. Und ja, da gibt es eben die Fragen zum Pestizid- und Düngemittelgebrauch in der Landwirtschaft, insbesondere der chinesischen. Da heißt es, dass manche Vorgaben nicht immer sauber eingehalten werden. Das kann ich nicht im Detail kontrollieren. Was aber schon öfter zu sehen ist und auch zu lesen ist, dass das Methylbromid eine Rolle spielt. Das ist eine Begasung, die eben, ja, den Knoblauch weiß aussehen lässt. Also so eine Art Bleaching. Das wird zum einen versprüht, um, ja, das Keimen zu verhindern, aber dann auch, ja, diese schöne weiße Farbe zu ermöglichen. Dieses Methylbromid ist allerdings gefährlich. Es ist sogar laut UN 60 Mal gefährlicher als Chlor, wie es hier heißt. Und tatsächlich, es gibt hier einige Erfahrungswerte anhand der Europäischen Kommission für Steuern und Zollunion. Und da wird insbesondere auf Methylbromid hingewiesen. Und das ist tatsächlich gar nicht so selten in der Anwendung zu finden. Da geht es dann beispielsweise auch bei Containern um die Begasung zur, ja, Desinfektion. Und da gibt es dann auch entsprechende Hinweise und Gefahrenvermerke, dass eben, ja, das Brennen auf der Haut nach leiderem Kontakt mit der Chemikalie in flüssiger Form gegeben sein kann. Dass das einatmende Dämpfe sogar die Flüssigkeitsansammlung in der Lunge erzeugt. Dann noch weitere Schädigungen des Gehirns und des Nervensystems, sowie unter Umständen der Nieren. Also, ja, wirklich schon erschreckend, was hier diese Methylbromid-Anwendung zeigt. Außerdem gibt es hier auf TikTok ein Video, was relativ viral gegangen ist, verhältnismäßig für so ein Gesundheitsthema. Und da geht es dann entsprechend um, ja, die Kritik an chinesischem Knoblauch. Schau mal rein. Warum du auf keinen Fall diesen Knoblauch hier kaufen solltest. Dieser Knoblauch kommt aus China, das erkennt man gut an der fehlenden Wurzel. China ist eines der am stärksten verschmutzten Länder der Welt. Als Düngemittel auf den Plantagen dient hauptsächlich Klärschlamm. Menschliche Fäkalien und industrielles Abwasser kommen direkt zum Einsatz auf den Feldern. Eine Praktik, die in Europa aufgrund der hohen Schadstoffbelastung weitestgehend untersagt ist. Der Knoblauch wird mit Chlordioxid oder mit anderen Chemikalien gebleasht. Ich konnte bis zum aktuellen Stand nicht kontrollieren, ob Klärschlamm tatsächlich bei der Produktion von Knoblauch eingesetzt wird. Vielleicht fragst du mal beim Hersteller nach, welche Kriterien er denn einhält und wie er sicherstellt, dass der Knoblauch wirklich schadstofffrei ist. Dann kannst du ja schauen, ob das dich überzeugt. Ich würde sagen, sich allein auf die Stichproben zu verlassen, die beim Zoll gemacht werden, zur Kontrolle, ist vielleicht nicht mal ausreichend. Was kann ich auch regional für mich organisieren? Ich glaube, da hast du viel besser im Blick, wie die Anbaubedingungen sich gestalten. Und außerdem muss es auch nicht eine ganz lange Kette mit riesen Containerschifffahrten geben, um jetzt ein bisschen Knoblauch in der Küche zu nutzen. Also das vielleicht nochmal als Appell meinerseits. Es lohnt sich da also genauer hinzuschauen. Also wenn dich Gesundheit interessiert, dann abonnier den Kanal. Allerbesten Dank für deine Unterstützung und bis bald.